Hallo liebe Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Rundgang heute. Und in dem Moment, wo ich jetzt das Video gestartet habe, kommt hier in Hamburg tatsächlich die Sonne raus. Das soll noch mal einer erleben. Normalerweise gibt es ja hier nur das berühmte Schiedwetter. Ja, ich habe mal wieder eingecheckt, oberhalb der Elbphilharmonie, schwieriges Wort, und zwar im Westin Hotel. Dieses habe ich schon mal direkt nach der Eröffnung getestet. Es war damals ein Standardzimmer. Diesmal habe ich aufgrund meiner Platinum-Mitgliedschaft ein Upgrade bekommen in ein Elite-Zimmer, was wirklich sehr, sehr groß gestaltet ist. Das sehen wir uns jetzt gleich mal gemeinsam an. Dazu gehört auch der Zugang zur Club Lounge. Das heißt, ihr könnt da eine Kleinigkeit essen, alles mit im Preis inkludiert und auch eine Kleinigkeit trinken. Und auch ein Frühstück morgens, was nicht ganz so umfangreich ist wie im normalen Restaurant. Aber dort könnt ihr also auch ein kleines Frühstück zu euch nehmen. Dazu kommen dann noch mal 1000 Punkte, die auf eurem Konto gutgeschrieben wird. Das sind alles Sachen und Annehmlichkeiten, die ein Platinum-Member denn hier auch bekommt. Im Grunde genommen in jedem Marriott-Hotel. Ja, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns jetzt das Zimmer hier mal gemeinsam an. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Bis gleich. Ich denke, jeder, der sich für Hotels interessiert, hat schon mal die Elbphilharmonie mit dem Vestin darüber gesehen, auf dem Foto zumindest. Und das bringt hier der Fluchtplan also gar nicht richtig rüber. Zimmer 904, ziemlich weit außen. Hier hört das Hotel auch auf. Da haben sie mich jetzt eingecheckt. So, und wir kommen hier in das Zimmer herein. Und jetzt, liebe Freunde, jetzt genießt einmal hier diesen Blick. Jetzt haben wir hier wunderbar hohe Wände. Das ist natürlich bauartbedingt auch jetzt hier durch dieses Hotel. Also, das ist wirklich klasse. Da kann man die Blicke schweifen lassen. Da kommen wir natürlich gleich noch mal zu, ausführlich mit dem Blick aus dem Fenster. Wir fangen vielleicht mal hier vorne an, weil wir haben nämlich hier direkt zwei Schaltflöte. So, das eine ist für das Licht. Das ist auch das Licht. Ich habe gedacht, hier geht der Vorhang zu, weil wenn ich nämlich hier reingekommen bin, dann ist der Vorhang komplett aufgegangen. Der war in der Tat vorher zugezogen. Das geht alles automatisch. Das gucken wir gleich mal, ob wir da den Schalter finden. So, dann haben wir hier im Eingangsbereich gleich den beleuchteten Kleiderschrank. Mit natürlich Marriott-typisch dem Bügeleisen und dem Bügelbrett. Das wird wieder geschlossen. Ein Meter breit reicht vollkommen aus. Und dann hier tut sich das komplette Bett auf. Mit diesem großen Kissen. Insgesamt sind es, glaube ich, fünf Kissen sogar. Die sind hier jeweils dahinter. Man sieht sie kaum. Jawohl. Fünf Kissen an der Zahl. Wirklich, wirklich sehr groß. Und das, ich bin heute ganz alleine hier. Das ist natürlich richtig klasse. Mit diesen Beleuchtungen. Jetzt scheint hier die Sonne hier rein. Das ist ja sehr schön. Aber da kommen die Beleuchtungen nicht ganz zur Geltung. Ich habe hier noch mal eine Leseleuchte. Seht ihr, die kann man hier mit diesem Kippschalter bedienen. Und dann kann man das Ganze hier auch noch mal drehen, damit dann der Lichtstrahl dementsprechend auch richtig fällt. So, hier haben wir auch noch mal ein paar Schalter. Probieren wir die mal aus. Da geht die Lampe an und aus. Das ist der Hauptschalter. Und auch da wird eine indirekte Beleuchtung geschaltet. Wir werden den richtigen Schalter für die Jalousie noch finden. Ja, hier dann die Klimaanlage von automatisch 0, 1, 2 und dann dementsprechend gekühlt oder auch nicht. So, hier ist eine Verbindungstür. Die ist abgeschlossen. Habe ich gerade schon nachgeschaut. Die geht zum anderen Zimmer. Hier haben wir dann so ein bisschen um die Ecke gebaut, den Schrank mit den Möglichkeiten, hier Eiswürfel einzufüllen. Das wird von der Rezeption oder von dem Housekeeping übernommen. Da muss man nur einmal anrufen. Da oben haben wir dann die Weingläser, die Weißwein- und Rotweingläser. Und hier die Cocktailgläser nicht zu vergessen mit diesem schönen Westin-Umrührer. Und dazu dann zwei Nüsschen, die natürlich berechnet werden, wenn hier im Zimmer auch was genommen wird. So, darunter ist dann der Wasserkocher. Ganz normal hier löslicher Tee und löslicher Kaffee. Idee-Kaffee, Gold und was haben wir hier? Das ist Zucker. Nichts Besonderes. Darunter dann auch nochmal eine kleine Möglichkeit, Sachen unterzubringen. Alles so ein bisschen hier dem Hotel, der Bauart des Hotels geschuldet, so ein bisschen um die Ecke gebaut. Hier haben wir dann den Safe dahinter und darunter dann eine Minibar mit natürlich, wir sind in Hamburg, Astra-Urtyp. Dahinter dann was ganz Besonderes. Longson Champagner. Ich möchte nicht wissen, wie teuer er ist. Der ist, der guckt gleich mal drauf. Fürstenberg, Pilsener, dann haben wir Pepsi, wir haben Wasser und nochmal Limonade. Und hier dann ein Riesling aus dem Rheingau. So, dann schauen wir doch mal. Die Nüsschen, die ich gerade erwähnt habe, kosten 8 Euro. Getränke, was haben wir da? Bad Brambacher, natürlich, das ist das Mineralwasser 4,50 Euro. Pepsi 4,50 Euro. Alkoholische Getränke, Astra 5,50 Euro. Und der Champagner 0,375 liegt bei 58 Euro. Ja, das sind natürlich Preise, die einem Fünf-Sterne-Hotel auch gerecht werden. Ob man dann hier unbedingt zur Minibar greifen muss, wenn man ein Elite-Zimmer hat mit Club-Zugang und man bekommt es dort ja kostenfrei. Das haben wir da hingestellt. Da ist nochmal ein zusammengewürfelter Morgenmantel drin. Wir haben auch ein Schwimmbad hier im Hause. Dann hier nochmal Nähzeug und für die Schuhe ein paar Utensilien. So, ich gehe wieder nach oben aus der Hocke. Und wir machen weiter hier mit dem Schreibtisch. So, der ist natürlich hier wunderbar angeordnet, weil hier kann man nämlich auch wieder nach draußen schauen. Guck mal, da schiebert gerade, was ist das, so ein Kohleschiff oder was ist das? Ja, es müsste irgendwas mit Kohle, Braunkohle oder sowas sein, was das Schiff geladen hat. Also hier kann man wirklich sehr, sehr viel sehen. Hier jetzt einmal der komplette Ausblick über Hamburg. Da haben die lange dran getüftelt, hier an dem Hotel. Das war schon einige Jahre im Bau. Zwar nicht so lange wie unser Berliner Flughafen, aber das hat schon eine gewisse Zeit gebraucht. Was haben wir denn hier? Eine geheimnisvolle Klappe. Da ist nichts dahinter, die ist abgeschlossen. Okay, das würde mich ja mal interessieren, was sich dahinter verbirgt. Da ist keiner. Wahrscheinlich ein Revisionsschacht für die Handwerker. Ja, wir waren aber stehen geblieben hier bei dem Schreibtisch. Da haben wir natürlich hier eine kleine Anerkennung für meine Platinum-Mitgliedschaft. Da werde ich doch gleich mal ein bisschen was vernaschen von diesen leckeren Pralinen. Dann der Fernseher, vollkommen ausreichend hier für diese Zimmergröße. Und jetzt, liebe Freunde, kommen wir hier in, das ist schon fast wieder ein zweites Zimmer, in das Badezimmer. Mit dem eingelassenen Waschbecken, ja, man hat das jetzt auch wieder eingelassen. Anfang 2000er hat man ja die Waschbecken aufgesetzt, jetzt wieder eingelassen. Willery und Boch, das ist ganz klar. Auch hier der Hahn, der ist von Grohe. Das zeugt von Qualität. Dann hier jede Menge Badeutensilien, die vorhanden sind. Body Wash, Body Lotion, Shampoo, Conditioner, alles da. Ja, und dann hier diese schöne Badewanne. Wenn man sich da reinlegt, ach ja, dann kann man natürlich die Blicke schweifen lassen. Da haben wir nochmal die Handbrause ganz nett gemacht hier. Und das ist dann das Fenster hier zum Glück. Ja, da kann man auch nochmal den Ausblick über den Hamburger Hafen genießen. Auch hier eine separate Klimaanlage, die vorhanden ist. Aha, hier habe ich dann dementsprechend die Möglichkeit, das Ganze hier auch zu schließen. Das ist der Vorhang, von dem ich gerade sprach. Der schließt sich jetzt komplett. So, und das Ganze gibt es auch drüben im großen Zimmer. Das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Ja, dann geht es hier weiter. Wie gesagt, das ist schon fast ein zweiter Raum mit der Dusche, die auch sehr groß gehalten ist. Hier oben die Regendusche, unten alles natürlich ebenerdig. Und dann hier hinten nochmal die Toilette. Das ist schon alles sehr, sehr groß gehalten. Wir gehen jetzt nochmal zurück ins große Zimmer. So, hier vielleicht nochmal den Blick nach oben schweifen. Also das ist wirklich sehr, sehr hoch gebaut, das ganze Zimmer hier. Und wenn die Sonne hier reinscheint, dann braucht man auch im Winter zumindest eine kleine Kühlung. Und hier haben wir dann auch dementsprechend, jetzt werde ich mich mal hinsetzen und werde euch das zeigen. Na, geht es so. Da tut sich nichts, okay. Dann vielleicht der untere. Da tut sich auch nichts. Dann muss ich irgendwas falsch gemacht haben. Aha, auf ist hier das neue zu. Guckt euch das mal an. Also jetzt hat die Sonne natürlich auch keine Chance mehr, gerade im Sommer bei hohen Temperaturen, ganz wichtig, dass hier keine Sonne reinkommt, bei diesen großen Verglasungen. Ja, auf heißt also in diesem Falle zu. Das nur zur Information. Ja, hier auch nochmal so ein kleines Chaisalon. Da kann man natürlich auch sehr schön nach draußen schauen oder Fernsehen schauen. Aber wer macht das schon, wenn er hier in dem Zimmer übernachtet, dann hat man natürlich den Blick auf ganz andere interessante Geschichten. Ja, meine lieben Freunde, das soll es jetzt auch gewesen sein von diesem herrlichen Zimmer hier. Wie gesagt, ein Elite-Zimmer mit Zugang zur Club-Lounge, zur Executive-Lounge. Und ich verabschiede mich jetzt hier aus dem diesmal sogar sonnigen Hamburg. Wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Genießt die Zeit, wenn ihr hier wirklich mal einchecken solltet. Zimmerpreise sicherlich etwas gehobener als üblich. Also unter 150 Euro dürftet ihr hier keine Chance haben für das normale Standardzimmer. Und alle anderen Zimmer sind natürlich dann dementsprechend auch noch etwas teurer. Ja, meine Freunde, macht's gut. Aus dem Hamburg, aus dem schönen, sonnigen Hamburg verabschiede ich mich und sage bis in Kürze Ciao, Ciao, der GEDO.